So, da bin ich wieder bei dem dritten Tag mit dem dritten Spiel. Bevor ich hier wieder weiter rumlabere, starten wir gleich mal los. Lass man die Anleitung schauen, springen, bewegen, gleiten. Gift to Wash. Weiche den Hindernissen aus, um so lange wie möglich zu rennen. Stelle sicher, dass du unterwegs Geschenke einsam bist, um Punkte zu erhalten und so die Höchstpunktzeit zu knacken. Springen, lenken, gleiten, okay. Bam, 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 bam. Ich weiß nicht, wie lange das Video heute sein wird, aber ich denke auch wieder fünf Minuten, dann bin ich fertig. Oder acht. Oh. 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 Whoa. Oh. 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 ok jetzt wird ein bisschen knackig hier dann machen wir noch einmal boom 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 and one Oh das war ich habe doppelte Dentsch Ich kann das Licht Was ist das? schneller schneller ok jetzt weil es so schön war machen wir noch einmal zum dritten mal aber am ende war das bisschen sehr schnell unterwegs gewesen wiii so dann dann zum vierten mal da war jetzt in diesem moment dessen bewirrt gewesen zuck 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 du kannst du auch dein dein aim trainieren oh noch mal bam 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 dann versuche noch einmal und dann go 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 Jetzt wird ein bisschen schneller. Wieso springe ich da? Aber sei es rum, wir gehen wieder zum Oberwelt. Dann reisen wir dort wie nächste Tag, also für den fettentag, nächste Station. Und würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge, also bis morgen Leute, also bis demnächst.